Ja Leute, willkommen zurück zur neuen Part von Let's Play Maker. Mein Battle Network. Entschuldigt, dass ich letztes Mal so schnell Abbrot beenden musste, aber es ging nicht anders. Ja und jetzt, ja, Numberman habe ich gesehen, brauchen wir gar nicht nochmal machen, weil da habe ich schon Version 2 momentan. Und jetzt wollte ich mal das Netz so inspizieren und ja, bin zufällig in der ersten Ebene, also gleich mal nicht von mir daheim, ein Logo auf Fireman gestoßen. In der Hoffnung, dass wir noch dementsprechend schnell blätten können, weil ich glaube, Fireman 2 und 3 fehlt mir noch. Ja, da hätten wir schon was. So, also vor dem Kampf habe ich jetzt abgespeichert, in der Hoffnung, dass ich eben... Ich glaube, der wird nicht so das Problem darstellen. Ja, da ist er auch schon erledigt. Und wir kriegen... Wow, Fireman 3 sogar. Eigentlich wollte ich 2 haben, aber 3 ist ja noch besser. Ha, ihr seht, den holen wir uns dann doch gleich ins Team. So, das heißt, einmal müsste ich ihn hier irgendwie noch erledigen, damit ich die 2er-Version bekomme oder ich kriege sie durch die Chips. Na, wer weiß, wer weiß. Also hier einfach herumrennen, dann kommt Version 3 automatisch. Was, schon wieder? Okay. Vielleicht kriege ich jetzt die Version 2. Moment. Oh. Da. Ging ein bisschen flöten. Macht nix, macht nix. Huh. Schau mal, vielleicht steht mir dann... ...die zweite Version zu. Wenn man sich einmal treffen lässt. Lass mich mal überraschen, schauen wir mal. So. Nein, nein. Das wird so nichts. Und? Na, schade nicht. Ja, also wie gesagt, hier ein bisschen herumrennen, dann kommt Fireman. Und wenn man Glück hat, kriegt man die zweite Version von ihm. Da werde ich mich aber später drauf fixieren, außer er taucht jetzt irgendwie wieder mal auf. So, du kommst hier rauf, bitte. Danke, 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 danke. So. Triple kill. S. It's your S time. S time. S, 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 S. Macht keinen Stress. Richtig geil, dass der, der so einfach auftaucht. So, du kommst mal hierher. Und die Wasserfonteine war natürlich schneller. Ding. Da will ich nicht hin. Komm schon, Fireman. Willst du dich nochmal auftauchen? Schade. Will er nicht. Na, ich glaube, ich werde dann cuten bis wir im dritten Bereich sind. Weil dort habe ich ja einen Zugangsdatenpunkt, damit ich den mal irgendwie freischalte. So, einen Kampf lassen wir noch drin. Schauen wir mal, ob jetzt was kommt. Na, gut. Dann bis gleich. So, Leute. Hier sind wir wieder. Und jetzt haben wir uns Zutritt verschafft mit der Maser-ID. Ja, da sind wir bei den Fischmenschen hier. Der Fischmensch. Nur der Netnavi von dem Typ ist echt heftig. Ich werde ihn wahrscheinlich dann gleich nochmal probieren. In der Hoffnung, dass er vielleicht backbar ist. So, kann ich nicht was kombinieren? Oh ja, das hier. Wie wirst du das? Und du kriegst das hier. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was die Celli da hinten macht. Außer die Welle. Ich glaube, der Wellenangriff kommt von ihr. Oh, da haben wir ja was. Und ich kann es nicht lesen. So, dann würde ich sagen, checke ich nochmal aus. Und gehe den ganzen Weg nochmal. Weil ich habe, glaube ich, noch eine ID, oder? Mio, Dex, Zelted, Maser-ID, Dex, Mai. Vielleicht warten wir doch ein wenig. Und zwar gehen wir jetzt... Was tue ich schon wieder? Frag mich doch, wo wir sind. Ja, wo sind wir? Er ist nicht zenil. Der alte Mann ist nicht zenil. So, wollen wir mal in die Schule schauen? Ob da was Neues ist? Oh, wer bist denn du da? Oh, ich denke, dass es schon wieder... Oh. Was? Was muss ich? Meine Hand gestellt. Und meine Company... Oh. Ein Account near der Metroline. Oh, das ist eine insgeheime Nebenquest, sozusagen. Naja, da kümmern wir uns später. Metroline, wo sollten... Nah, der Metroline. Metroline. Das ist doch die Metroline, oder? Was, jemand hat Teile der Metro? Okay, jetzt kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Oh. Wir haben eine E-Mail. Gut. Oh. Oh. Ah, ein Aura-Virus, okay. Ah, ich... Battle-Meldung ist das oder was. Ich bin kurzester Zeit in eine Art Virus reingerannt, der eine Art Aura um sich hatte. Ähm, der Schaden, der geringer ist, als die Anzahl, äh, als die angezeigte Anzahl ist, schädigt ihn überhaupt nicht. Es sieht so aus, als ob du wirklich hohe Powerchips für diesen Guy brauchst, also für diesen Typ. Ähm, wenn er angreift, Teile von ihm kommen heraus, aus der Aura heraus. Ah. Ähm, vielleicht hilft es, wenn man mit einem Basta auf ihn zielt? Auf alle Fälle, er passt auf euch auf und viel Glück. Oh je. Oh je. Das, das klingt so wie, so wie Teil 3. Und ich hasse den Fight. Ich hasse den bis heute noch. I hate it. Okay, wenn ich mich durch das Net dann kämpfe, demnächst werde ich nach der Nebenquest Ausschau halten. Aber momentan jetzt... Wie, wer bist du? Nein. Äh, wir kämpfen jetzt nochmal gegen Skullman, weil ich glaub, den hab ich auch nur einmal. Und da könnte theoretisch ein zweiter rausspringen. Schauen wir mal. Ja, da hab ich auch nur einmal. Ich glaub, das war Skullman, oder? Schauen wir mal. Na, Woodman war das. Okay. Sorry. Sorry, buddy. Das war mein Irrtum. Das war ja der Furze mit... Mit der Heilung, ja. Das ging mir doch am Arsch. Mehr schreibt mich da jetzt schon wieder an. Ist der schon erledigt? Okay. Und wir kriegen... Woodman 2! Aber kein Dreier, oder? Vielleicht ist der Dreier noch gar nicht möglich. Vielleicht ist der Dreier noch gar nicht möglich. Na dann... Warten wir doch mal ein bisschen ab. Wo ist denn Woodman? Woodman! Ja, Woodman 1, 2. Aber den Typen hier hab ich noch nicht geschlagen. Der nervt wie die Hölle. Der schwer. Ich probier's jetzt nochmal. So. Zwar einmal hiervon und davon. Okay, die Maus bringt hier ein Scheiß. Strom wäre eigentlich das Beste, was man hier machen könnte. Da sollte er aber auch vorne sein. Ja, oder so. Autsch. Ich bin gleich wieder down. Ich bin gleich wieder down. Hat nichts gebracht. Gut, pop up! Bist du unsterblich? Wirklich? Nur wenn ich nicht... Nur wenn ich angreife, ne? Ja! Da war er wieder schneller, der Heim. Nein, das ist... Echt heftig, der. Der Sharkman ist echt heftig. So. Wir probieren's nochmal. Ja. Da krieg ich Damage ab. Was soll ich machen? oh oh nein 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 MEGA MAN Oh, ich bin gleich wieder tot wahrscheinlich. Oh, der hat nichts gebracht. Das wird zwar nur bedingt was bringen, aber ja, hauen wir mal raus. Wenigstens, dass ich den Eimel schaffe, das gibt es auch nicht, oder? Und da renne ich runter. Das gibt es nicht. Ja, einmal noch und dann probiere ich es aufs Kinn, Leute, das gibt es nicht. Was ist der so hammerhart ist? Ich habe den Schwäche in der Rinderung. Das gibt es ja nicht. Das reicht doch jetzt. Hau dir auf den Ummel. Genau. Da taucht er auch nicht auf. Ich kriege die Grise. Das war es dann schon, Leute. Komm, töte mich doch, komm. Bitte, 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 bitte. So, jetzt checke ich mal, bevor ich hier... Ja, ja, lacht du nur, lacht du nur. Also, ich habe eine Wutarmor. Vielleicht hilft mir die ein bisschen. So, ein bisschen Body Protection. Probieren wir es mal. So. Ja, beginnen wir mal mit dem. Ja, ich glaube, so viel. Naja, es geht. Es geht. So, und jetzt hoffe ich mal, dass das auch geht. Stone Man? Mach mal. Stone Man. Ja, Treffer. Ah, das war kein Treffer. War zweimal. Immerhin. Ich glaube, der Wutarmor schützt mich doch ein wenig. Nein, jetzt ist er weg. Oh, das wäre ideal gewesen da vorne. Schade. Nein, was ist das Damage und Zeit verliere? Das gibt's nicht. Alter. Aber ich kann mehr einstecken. Das stimmt. Der hat ihn nicht erwischt. Der hat ihn schon wieder nicht erwischt. Ich kriege doch die Letten voll. Hm, Fire Man. Mach mal was. Das darf nicht wahr sein. Ich kann nicht die ganzen Parten mit dem Arsch hier vergeuden. Ich glaube, der verliert aber da weitaus weniger. Probieren wir mal das hier. Ich glaube, ich brauche meine... Autsch. Ich brauche meine Candle. Wir probieren die mal. Ich stelle die mal hier rauf. Bringt der in dem Sinne nur bedingt was. Komm, wir heilen uns mal hoch. Autsch. Da wischen lassen sollte ich mich nicht. Ich muss doch einen schnelleren Weg geben, dass der hier rauskommt, oder? Nein, die Chips sind scheiße hier. Die Chips sind hier scheiße. Ich kann auch gerne nur mit zwei Reihen arbeiten. Kein Problem. So, aber nach dem Hammers, muss ich jetzt nur aufpassen. Boah, Alter. Aber wahrscheinlich kriege ich keine Karte, oder? Oh ja, doch. Die erste. Naja, war ja klar. War ja klar. Halleluja. Na ja, immerhin mal die erste. Und die zweite folgt zugleich. Ich passiere mal kurz und ich schaue mir das mal an. Bis gleich. Okay. Er will sowieso nicht. Gut. Na dann, lassen wir mal stehen. Und gehen. Schauen wir mal, ob wir hier eine Nebenquest gleich abservieren können. Okay, ich habe keinen Hauwitzer. Oder Ice Bunch. Ich freue mich nicht. Was willst du, Alter, Mann? Die Frage, wo ich Elecman finde. Das habe ich ja schon geregelt. Genau. Das ist geiler. Na, das ist Waterworks. Genau. Dann gehen wir doch da mal rein. Jetzt schauen wir uns mal hier unten durch. Bist du so ein Erkundungspart wieder mal? So. Weil mein nächstes Ziel wäre auch, Iceman einen Besuch wieder abzustatten und eventuell Iceman 2 zu ergattern. Schauen wir mal, wie blöd ich mich da anstehe. Eigentlich für Iceman sollte die Wood Armor auch vortrefflich wirken, oder? Oder täusche ich mich da? Ist ja auch Wasser. Zwar gefroren, aber immerhin Wasser. Na, na. Da kann keiner was dagegen sagen. Das ist bewiesene Tatsache. So. Ja, ja, bla, bla. Ich will eigentlich nur Leute, die mir eventuell Sachen geben, wenn ich da Quests erfülle. Aber ist nett, dass es da schon in... Ähm... Ist nett, dass es das schon in Teil 1 gibt, so neben Quests. Später in Teil 3, da wird sogar ein eigenes Register damit geführt. Das heißt, sprich, da merkt man dann, was man zu tun hat. So. Na dann. Okay. Ja, Iceman ist ein bisschen stärker. Und ich glaube, wir werden gleich mal die Beinfreiheit nehmen. Gutsman Time! Okay, das ist ein Scheiß gewesen. Das war ebenfalls ein Scheiß. Ich hab mir... zu viel ziehen lassen. Gefällt mir nicht. Das gibt's nicht. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass der Arsch mir hier den Weg freimacht? Eben so. So, jetzt trau dich mal her, Junge. Nice. Nice. Also das... Das ist, glaube ich, kein Iceman 2 mehr wert. Glaube ich nicht. Das wäre, glaube ich, zu schlimm. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Dieser Scheiß-Eis-Stinker, ja? Darf das nicht wahr sein? Schon wieder! Ich kann in die Tasten reinhauen, was ich will. es bringt nichts unterweicht nein ich krieg die krise ich glaube der muss ich auch ausgemachen es dauert mir zu lange dazu blöd zum ausweichen zu blöd zum ausweichen da kommen wir nach vor jungen ja genau wir können auch rennen die gewitter wolke rein als geld ja war klar schlecht schlecht richtig schlecht gut wie gesagt ein kleiner save weil ich glaube eismann 2 habe ich ja noch nicht oder hätte ich noch nicht gut dann bis gleich leute schaut euch das an mit mühe not habe es geschafft nicht immer einfach aber ja es funktioniert doch so dann speichern wir noch mal in der hoffnung können wir noch mal antreten wenig glaubt nicht doch mit drei auch schon mit drei auch schon das wär mal nett kommt bevor der verschwindet den holen wir uns ja einmal zweimal sehr guter start dreimal schön aber dann hat er mich erwischt verdammt kacke kacke dreist hoch darüber Ich habe einen Heroes Sword. Na, holen wir uns in so. Und er wird den Rest erledigen. Ja, Fireman. Drei. Wow. Rock das flammisch. Okay, jetzt kriegen wir schon wieder zwei, weil für drei, glaube ich, ist es nicht gut genug, oder? Ja, ich glaube, zwei, A3 geht noch gar nicht. Gut, was macht denn zwei? 80 Damage. I und S. A2 mal I, okay. Naja, bringt mir nicht allzu viel. Gut. Lassen wir mal Waterworks in Ruhe. Wir haben da unser Soll momentan auch erfüllt. Ja, ich weiß. Ich bin viel zu nachsichtig mit der Story. Ich weiß. Aber auch die Nebensachen müssen sein. Ich hätte gern alle Battle Chips. Ah, er muss die BMW-Adresse finden. Schade. Okay, gut. Das ist der Grund, warum man nach Mitgliedern sucht, denke ich mal. Okay. Warten. Lassen wir ihn doch mal suchen. Nach Mitgliedern. Aber ob ich einer werden will? Naja. Hey, packt dich nicht fest. Gut. Weil, ihr wisst, was mir dieser Arsch angetan hat. Ach, wir müssen ins Internet, okay. Wie kommen wir ins Internet rein? Da habe ich noch keinen Zugriff, aber vielleicht kriege ich Zugriff. Na gut. Geh mir mal raus. Geh mir ins Restaurant. Ich habe, da gibt es dann sicher die Möglichkeit, irgendwie Elec Man zu ergattern. Da gibt es sicher eine Möglichkeit. Geh mir auch gleich schauen. Ich kann ja wirklich reinchecken. Okay. Lass mich raten. Elec Man? Ich speichere mal nur so an zu zweiter. Da war ich aber, glaube ich, eh drinnen. Ich kann mich nur beim Besten mir nicht mehr erinnern. Oh, der ist südrecht. Ah, ich werde den nehmen, den Fuzzi. Strom gegen Strom. Tut ihm mal gut, ja. Kommt, das war schnell genug, oder? Boah. Arschgeil. Elec Man. Könnte hier Elec Man sein? In einer Ecke des Todes. Elec Man. Elec Man. Ach, der schwache, das schwache Ding ist auch hier. Leider kann ich den nicht ganz besiegen. So. Und was kriege ich? Geld. Das die Welt erhält. Was ich aber nicht brauche. Toll. Ja, da war ich hier. Hier gibt es keinen. Den habe ich eigentlich auch noch nicht, das Quarte. Den Kennenball. Den gibt es aber jetzt. Das weiß ich von Teil 3. Das kann nicht wahr sein, dass ich den nicht kriege, oder? Nein. Anscheinend ist es wahr. Gut. Der Schlein deckt dich. Und der wird doch irgendwer hier in der Ecke stehen und irgendwas haben für mich, oder? Ich glaube, das kann ich auch noch nicht rein. Ich glaube, es kann ich diese nicht sagen. Ich finde das nicht. Ich warte mal. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier. brauche ich glaube das k und wetter 3 das ist genau das was mir eigentlich fehlt ja gut nächstes thema so jetzt weiß ich nicht ob der typ da oben steht ich gehe mal zum power blend bereich schauen wir mal ob die tschau die hier die tschau die bang bang wobei hier steht immer noch nicht rein gut da kann ich auch nicht mehr gut aber hier geht es okay 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 auch alles abgesperrt gibt es doch nicht die werde hier wo ein schlüssel auftreiben können so jetzt schaue ich hier rein wegen elec man nur ganz kurzer blick vielleicht ist ja gleich am beginn hier speichern mal kurz weil elec man ist irgendwie verdächtig für dann für den bereich zuständig aber er ist nicht prägnistiert heute zu erscheinen so wie es aussieht du wirst mich du wirst mich erwischen das geht aber jetzt mal gar nicht kriege ich ja was okay elec man versteckt sich irgendwo im nirgendwo ja lassen wir es das im nächsten part schauen wir uns da mal der ebene wieder an und da werden wir auch auf schau treffen und die story ein wenig mal wieder voran bringen es tut mir leid für diesen extra part in sachen navi csi navy fight aber wir haben es geschafft und wir haben einiges erreicht und bekommen insgesamt haben wir ja schon moment wir speichern mal 91 von 175 battlechips ja da fehlt ja eigentlich auch nicht mehr so viel ne denkste denkste gut bis zum nächsten premis haric gewesen du Bis zum nächsten Mal.